Hallo, hier spricht der Boss. Heute geht's um RB Leipzig. Die Limo-Lappen aus Mosten haben sich wieder an die Tabellenspitze geschweibt. Peinliche Truppe. Werner fällt wie ein Döschen im Wind und dann sagt der Rangnick das hier. Ich bin mir sicher, dass es keine Absicht war von ihm. Ich glaub die gelbe Brühe bekommt den da drüben nicht. Rangnick kannst den in den Wald schicken und er findet keinen einzigen Baum, du Blinde. Aber wir tun der Liga einen Gefallen und verhindern die Meisterschaft für die Dauerwerbesendung. Ich muss los. Ich hab Kimmich im Mannschaftskoffer eingeschlossen. Muss ihn mal wieder rauslassen. Wir hören. Euer Jérôme.